willkommen zurück bei den fachfeifen und half-life 2 koop sind immer noch hier drin das röle nigger so treffen da will ich was sagen ob das würde ich nicht unter okay sag mal wenn die zwei gewollverschüsse aushalten dann ist das echt widerlich schlimme ist dann ja die ballern einfach hier ist was olé wir haben es geschafft meine fresse ja jetzt geht es los jetzt geht es weiter das finde ich immer echt geil so gott das war die okay bonnie ok ok ja no shit sherlock das hält den typen aber nicht davon ab zu mir zu kommen kann aber auch gerade nichts mehr machen keine moni nichts hey immerhin live f ist gut man immer zu beschissensten zeit nachladen muss das sein hehehehe wie du immer stirbst wie du immer stirbst oh nein nicht schon wieder doch na dann oh ja jetzt echt da kommt die defense mission da kommt so auf was ist da auf mich ihn ja noch nicht natürlich ja dafür haben wir hier ein paar oper min auch nur zwei stück eine dritte dann ist doch noch eine dritte war es dann aber auch normalerweise wenn es ja auch viel hier hätte ich mich die eine gerade weggeschossen zack oh Oh shit. Puck, 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 dead. Wie klar das wieder war, ey. Einfach zu viel Schaden, was da rumkommt. Ey, und ich bin im Haus. Das kann ja was werden. What? Da genau, das habe ich auch probiert. Oh, wind, wind, wind. Sie sind bei Alex. Ich kann nichts machen. Das kannst du so vergessen, ey. Oh boy. Ich kriege irgendwie gerade Sprenko. Ich kriege irgendwie gerade Flashbacks. An Dayhanger. In den letzten Part. Was für ein letzter Part. An den Bahnhof, wo wir so niedergebumst wurden die ganze Zeit. Wurden so viel niedergebumst in der Hangar. Wir haben ja in der Hangar hier an dem Bahnhof, wo wir in dem Zug abzug gestartet sind. Oh Gott. Fuck, war das nervig. Oh ja. Ey, du kommst raus. Es fliegen erst mal drei Granaten in eine Richtung. Das Problem ist halt, die Spiele sind nicht dafür, also die Mods sind meistens nicht dafür gemacht. So, für zwei Leute, ne. Oh, der ist gut geflogen. Ich darf aber auch nix. Den Crossbow. Wir kommen jetzt rechts einmal. War, dass man hier keine vernünftige Sniper hat, ne? Ah, shit. Ich kann sowas von in der Pfeife rauchen. Warum? Hallo, stillst du mal, man hat? Die Metro-Cops halten sogar drei Revolver-Schüsse aus. Geht doch. Oh, es geht gleich weiter. Echt? Alex macht den Schuss gerade hoch. Kommen sie auf, einer von überall. 11 HP. 38 HP, aber... Ich bin gleich wieder da. Hallo? Und zum Fix-Bond, Mann. Ah, alles leer gehabt. Äh, 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 äh. Was machst du da? Äh, äh, äh. Ich will panisch Waffen wechseln, das hilft auch. Motherfucker, stopp! Das waren zwei. Ja, ha, 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 ha. Na ja, ha, ha, ha! Ja, ha, ha, ha. têmli, äh... Ja, ha, 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 ha. Mach. 俺, du, 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 du. Ich will dann doch sagen. Ichkehr bis hin Dude, du. Ja, der Anja idea ist 스타일. Untertitelung des ZDF, 2020